Ich werde dir jetzt was zeigen, ja? Ja. Das hast du noch nicht gesehen, ich mach mal ganz aus anderen Browsern, irgendwas stimmt da nicht, pass auf. Du hast noch nie Hector Panzer gesehen, oder? Nee. Sandra, dieser Mann, dieser Mann, dieser Mann kommt aus Dresden, ist gut befreundet mit Adlason. Adlason ist ein YouTuber aus Dresden und der ist tatsächlich stark im Trinken. Okay. Jetzt ist die Frage, Sandra, du trinkst ja auch immer sehr viel. Ja. Du trinkst ja auch viel und stark. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, Sandra, dass dieser Mann hier unter den Tisch säuft. Und ich glaube, es könnte sogar sein, dass wenn ihr ein Kind zeugt, dass es der größte Alkoholiker wird, den die Welt jemals gesehen hat. Sandra, zieh dir das jetzt rein, du wirst es nicht glauben. So, Elias, was hast du jetzt vor? Ich werde dir jetzt diesen Tequila verspeisen. Der trinkt die ganze Flasche. Der trinkt die ganze Flasche Tequila jetzt, Sandra. Und da kannst du nicht mithalten. Das ist doch safe Wasser drin. Pass auf, und jetzt guck hin. Will ich nur einfach so, weil ich Lust drauf habe? Ja. Ah, ich war. Ja. Kann man den Hut abmachen? Ja. Pass auf, jetzt hör hin. Moment, man muss das Knacken genau hören. Pass auf, der ist noch zu. Hör hin. Knacken ist okay. Du hast gehört. Der ist noch, der war zu, ja? Junge, Junge. So. Und jetzt sind... Und das ist Adlersson. Pass auf, ich mach ein bisschen leiser hier, sonst werden die Zuschauer tauber. Das wird echt sehr, sehr laut. Sandra, sowas. Dass die menschliche Leber, solche Kräfte hat. Du machst dir immer Sorgen, dass deine Leber kaputt geht. Und der Mann lebt immer noch. Mit der Scheiße. Nee, nee, das kann... Sowas gibt's doch nicht. Mir trinkt er jetzt nicht die ganze Flasche. Sandra, der trinkt die ganze Flasche. Das. Sandra, der Mann überlebt es. Okay, doch nicht. Junge, Junge, was ist los? Aber der zieht andere Flaschen durch, das passt. Von daher, schau hin. Echt? Aber bist du ein bisschen verliebt? Der hat was drauf, ne? Ja. Ja. Da ist der Doppelkorn 035, 38%. Gerade frisch gekauft im Rewe-Lim. So. Na, man wird es natürlich wieder Echsen. Mitten am Postplatz. Los! Ich bin zu verarscht, doch macht der das Ding. Auch noch zu, ne? Hast du gehört? Nein, lass es dir schmecken, mein Schatz. Okay. Das ist einfach nur schön. Also 500ml Korn. Einfach mal so runter. Ja, und das ist jetzt wirklich der Lifestyle. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren Vorschläge machen. Für die nächste Spirituosen, die geäxt werden sollen, nennt sie. Ich kann über alles reden. Dieser Mann macht mich stolz. Sandra. Das ist einfach nur schön. Aber das stimmt, wie du bist noch Schnaps? Ich bin, ähm, übelst sprachlos. Aber wo die Schnurzel so Doppelkorn, das sauf ich auch. Also so ein Kleinflauch, man kann nicht nur Echsen, aber das. Ne, wie ne, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Der zieht das durch. Das gibt's nicht. Der zieht das durch. Nein. Nie lachen Echsen. Nie lachen Echsen. Sandra, das sind 500ml Puker Alkohol. Das Schlauchbeutel hat wieder befüllt. Wie geht das? Wie geht das? Aber man merkt, der Mann quält sich nie so wie mit dem Wodka. Ich glaub, ich war aufzutrinken. Da läuft die Brühe schon. Ich dachte, ich bin die Heftigste und dann kommt er. Ich bin schon ein bisschen traurig. Es hat auch keinen Sinn mehr. Du bist nicht mehr Saufweltmeister. Nein. Bist du nicht. Der Typ säuft dich unter dich. Der kann doch nicht eine ganze Flasche Korn zippen. Warte ab, bis der nach 07 Jägermeister exzt. Nein, nein. Jawohl, du bist jetzt hier. Hast du geschafft? Los. Applaus. Applaus. Und das Ding ist ja, der muss ja dann so besoffen sein, ne? Die Menge tobt. Statement zur Sachlage? Du meinst, ihr nötig? Ja. Du kickst jetzt einen Döner, den ich rausgegeben habe. Ich habe nur 1 Minute 50 zum Aufnehmen. 1 Minute 50? Ex jetzt mal den Wodka. Mach doch mal auf. Mach doch mal auf. Reviso, was gibt das? Das ist Wodka. Ich muss dir mal zeigen. Mindest Wodka mit 37,5 Prozent. Es ist Ex. Direkt über, wenn ich das sehe. Dann vergisst du den Lammatschun. Das ist Fake News. Sandra, das ist weird. Der Mann hat einfach, glaube ich, die stärkste Leber der Welt. Ich muss den treffen. Ich will einen Wettkampf zwischen euch beiden. Ich will einen Kampf treten. Doch, das Preisschild, Alter, ich stehe auch über. Gerade aus dem Spätschub. Also, den Ex auf jeden Fall auch. Reiter so, dich hast du, Bruder. Ich stolz auf dich. Der legendärste Trip ist der hier. Der legendärste Clip kommt jetzt. Also, den Wodka haut er auch weg, ne? Ist das eigentlich egal? Das ist alles Kindergarten. Das ist alles Kindergarten. Jetzt kommt der 07-Jägermeister und dann ist es vorbei. Junge, Applaus! Schautet an Haro He 10. Jetzt schautet an Hardy Breakdown. Sie sanzieren mich vom Schnaps. Das ist ja ekelhaft. Ich komme nicht klar. Ich komme, das ist... Schwerer Alkoholmissbrauch zur Tagesordnung. Du musst deine Gesundheit verstören, also hüter damit. Du bist für die Fälle. Ich hoffe, ich kollabiere, Junge. Ich kotze, alles voll. Tot und hart. Und gleich kommt der Schrei, der unsere Jugend geprägt hat. Hör genau hin. Wer trinkt das jetzt, wer trinkt das jetzt auf ganzes Schwanz. Das ist wild. Das ist Talent, ne? Das ist Talent, ne? Ja? Das ist Talent. Das ist einfach krankhaft, nicht gesund und überhaupt kein Vorbild, Sandra. Man sollte niemals im Leben so viel trinken. Alkohol ist so schädlich. Aber ja, ein Stück weit ist es auch Talent. Alter, es ist krank. Der hat es geschafft, fast. Aber guck mal, wie der Leid ist. Ja, ey, das ist nicht gesund. Schau mal auf. Junge. Guck mal, der kommt doch schon. Boah. Du bist ein jahnerhafter Sofa. Ames Baby, Alter. Guck mal, wie der Kemp. Der bürzt nicht auf. Ey. Wie der Kemp, Mann. Fangen wir auf, der das macht. Junge. Ey, das ist nicht normal. Das ist... Junge, wie geht's hier? Ich hab noch nie so viele eklische Kräuter in mir gehabt. Jägermeister. Jägermeister. Das ist der Schrei unserer Jugend, Sandra. Digga. Krank, oder? Also einfach... Ich weiß nicht, ob ich das witzig finde. Oder ob man sowas verbieten sollte. Man sollte das definitiv verbieten. Aber ein bisschen lustig ist es auch, solange man... Es ist eher, ja, ja, ja. Boah, guck mal hier. Wildes Video. Hat 700.000 Aufrufe. Wahnsinn. Ey, das ist einfach auf der Startseite hier in YouTube. Guck mal. Ist gut. Ist gut. Ja, ist sehr gut. Ist so eine Startseite hier. Ist stark. Ist stark.